Hallo zur nächsten Counter-Strike Folge. Weil ich heute allein bin, spiele ich jetzt eine Runde Wettrüsten. Ziel ist eben, mit seinen Waffen die meisten Kills zu machen. Die sind dann insgesamt so 30, glaube ich dann. Von jeder Waffe braucht man halt zwei Kills. Und dann bekommt man halt die nächste. Und am Schluss hat man halt dann ein Messer. Wenn man dann mit dem Messer jemanden kills, dann hat man gewonnen. Und wenn man währenddessen von einem Messer gekillt wird, dann verliert man eben seine Stufe, sag ich mal, und geht eine Waffe zurück. In welches Team gehe ich denn? Ach, definitiv. So, dann fangen wir mal an. Hoffentlich kann ich das jetzt noch. Länge nicht mehr gespielt. Huh, ach, da oben. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Wolle eigentlich nach unten. Ah, ja, das ist halt immer schlimm, wenn man so wenig Lebenspunkte hat. Und wenn die Gegner nicht so ausgeglichen sind, dann... Also die Teams, dann ist das echt schwierig. Das war der falsche. Na, das ist ja jetzt schrecklich. Wieso komme ich jetzt mit der P90 nicht weiter? Da ist jemand in diesem Haus da dran. Da war er. Egal. Na, der kann sich aber schön verstecken. Der Drecksack. Da ist es nicht mehr... Ah, nein, 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 nein. So wird es nicht. Ja, jetzt war der direkt an dem er gestanden. Jetzt reicht es langsam. Dann laufen wir noch einen Weg rein. Sup. Boah, jetzt glaube ich es aber. Das war's. Was wollte er mich da anpimmeln? Oh, jetzt habe ich eine Schroflünde, das kann ja was werden Ah, ich habe ihn erwischt, Gott sei Dank So, da Ahem Gut, kill Gut, gut Gut, gut Gut Fallschaden ist doch höher als erwartet Ah, nein, 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 nein Das war schon mal nix Das war schon mal nix Ja, der hat sogar eine Auto-Tabler gehabt Das wird dann immer toll Ah ja, jetzt haben so viele Leute Nein Nein Wir machen das Oh 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 Nein, 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 nein Nein, 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 nein Verdammt Na ja, also dann Es war knapp Na ja, dann sieht man sich bei der nächsten Runde wieder, oder? Da